Hallo, hier bei Carlos Lego. Hier ist es nun das dritte Modell. Erst war es ein Sportwagen, dann ein Abschlepper. Jetzt ist es ein sportlicher Roadster geworden und den finde ich richtig schön. Hier unten auch wieder diese blauen Technikteile, eine Konstruktion aus Platten, hier die Achsen auch wieder ähnlich verbaut. Ich kann es bloß gerade nicht zeigen, weil das alles fest ist. Hier vorne haben wir so einen Motor zu sehen, also zumindest so ein kühler Teil. Hier haben wir dann den Blinker und die Frontscheinwerfer, das ist auch gut dargestellt. Hier eigentlich, ja man sieht gut, es wird nach hinten breiter. Ist glaube ich bei diesen Autos tatsächlich so und hier an der Seite, ich weiß nicht, ob das Kolben sind und der Motor hier. Ob der Motor dort ist, ich kenne mich mit Roadster dann tatsächlich nicht aus. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall ein Lenkrad, was man diesmal nicht verstellen kann. Aber wir haben hier schön rot die Einrichtung, also zumindest den Boden. Und hier auch schön zwei Sitzer, die zumindest so auszweigeteilt, deswegen ist es auch ein Roadster. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ein Roadster einfach ein Cabrio für zwei. So, dann haben wir hier eine Scheibe verbaut, die anderen diesmal nicht. Und hier hinten, das sieht doch auch ganz nett aus, würde ich sagen. Das könnte man auch bei so einem Sportwagen als Vorderteil nehmen, würde ich sagen. Aber nö, finde ich ganz nett. Gefällt mir auch recht gut. Also eigentlich ein ganz schönes Set. Tut mir fast weh, das zu verkaufen. Ich hoffe, irgendjemand hat da Spaß mit. Ach, wenn ich das hochladen, ist es wahrscheinlich schon lange verkauft. Deswegen ist das auch auf keinen Fall ein Werbevideo. Und auch ganz nett hier mit diesen Abstandshaltern, dass die hier verbaut wurden, weil es hier hinten halt breiter ist als hier. Hier sind nämlich solche Teile mit Loch, hier diese Techniksteine, damit das alles klappt. Und diese Teile hier sind eigentlich bloß drauf gesetzt. Das sieht man jetzt hier, wenn man das abmacht, da zeige ich das mal. Das kann man einfach hier aus dem Rad so ein bisschen raus trennen. Genau, so sieht das aus. Und da baut man eigentlich erst das Rad dran, so. Und dann kommt das hier drauf. Funktioniert, glaube ich, bei echten Radkappen ähnlich. Jetzt habe ich es ein bisschen festgemacht, deswegen rollt er nicht. Also ist mir jetzt nicht so gut. Ich habe das bei einem Abschlepper gar nicht gezeigt. Der rollt auf jeden Fall auch ganz schön. So, machen wir das wieder drauf. Das finde ich übrigens auch ganz nett, wie das hier dargestellt ist, diese Schutzbleche. Das finde ich cool. Das ist simpel, aber genial. So, viel mehr fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Abgesehen davon, dass es ein Rechtssitzer ist, rollt eigentlich ganz schön. Also auf dem Tisch zumindest. Hier drüben haben wir dann die übrigen Teile. Da sind größtenteils die ganzen Scheiben. Und die Anleitung schauen wir uns natürlich auch wieder an. Hier sieht es, so sieht es aus. Auch wenig überraschend. Hier fängt man an. Man baut asymmetrisch. Also erstmal hier drüben. Das ist ungewöhnlich bei Lego. Hier sieht man dann, wie die blauen Technik-Teile dazukommen. Ja, sehr schön. Jetzt schmeiße ich hier mit der Anleitung schon die Teile vom Tisch. Genau, hier sieht man halt nach und nach, wie dieses Ding zusammengebaut wird. Hier nimmt es dann langsam Gestalt an. Hier diese Seitenpaneele. Kann ich nochmal kurz zeigen. Hier, was man hier sieht. So, genau. Ein bisschen Rot ist ja auch dabei. Weiß-Rot sieht ja ganz nett aus. Genau, und da ist er dann fertig. Da sieht man auch nochmal, wie die Radkappen drauf gesteckt werden. Und hier ist noch ein bisschen Werbung. Warum auch nicht. Gut, das war es dann erstmal für dieses Set. Dann sage ich erstmal, bis zum nächsten Video dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Kados Lego. Mal sehen, was als nächstes kommt. Bis, denne. Und tschüssi.